Hallihallo. Ich meine, ich finde es sehr ganz angenehm, in dieser Zeit hier die Möglichkeit zu haben, aus dem Monopoly-Spiel auszusteigen. Die Schlossallee und die Parkstraße, die waren ja schon von Anfang an weg gewesen und alle streiten sich immer nur um die Bahnhofstraße. Da habe ich keinen Bock mitzumachen. Und dazu kommt noch, dass ich in meiner Schulzeit, ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium, nicht kapierte, wozu ein Zinswachstum gut sein soll auf einer Welt, die begrenzt ist. Ich hätte mir damals vielleicht anderen Geografieunterricht gehabt, sehe es vielleicht ein bisschen anders aus und ich wäre jetzt Banker geworden, aber mit dem Wissen, dass wir auf einer Erdkugel, auf einer begrenzten Leben, wo alle Ressourcen begrenzt sind. Da habe ich das einfach nicht in den Kopf reingekriegt mit dem Zinsgeld, was da immer mehr und mehr wächst. Und die Möglichkeit, wie man aus diesem Monopoly-Spiel hier sich so ein bisschen abseits stellen kann, das nennt sich P-Konto, dieses Pfändungsschutzkonto. Und dann hier in Deutschland die Möglichkeit, gewisse Gelder über diese Kollegen hier reinzukriegen. Ja, es wäre alles ziemlich schön, wenn das dann auch alles so klappen würde und man das, was einem zusteht zum Überleben, von Leben will man da gar nicht reden, einfach nur zum Überleben, dass das auch reinkommt. Die aktuelle Situation jetzt bei mir, nur mal so als Beispiel, ist, dass ich mich selbstständig dort angemeldet habe beim Jobcenter und praktisch meine Einnahmen gegengerechnet werden. 160 Euro darf ich so dazu verdienen, alles andere wird abgezogen. Und dann muss man jedes halbe Jahr praktisch so eine EKS machen. Hier so eine, was weiß ich, was das heißt. Jedenfalls darf man da seine ganzen Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen und muss das natürlich mit Kontoauszügen und so weiter nachweisen. Auch dass man, wenn man jetzt seine Heizung bezahlt haben will oder im Teil vom Strom, wenn man mit dem Strom sein Warmwasser macht, dann muss man natürlich auch immer die Kopien der Rechnungen Ihnen zukommen lassen. Bisher habe ich das per E-Mail gemacht, aber ihr seht es schon, hier steht gar keine E-Mail-Adresse mehr da, denn das Jobcenter hat umgestellt. Man kann jetzt nur noch mit einem Jobcenter-Account seine Daten verschicken und das scheint noch nicht so richtig zu funktionieren. In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich seit Anfang des Jahres versuche, mich in meinen Jobcenter-Account einzuloggen. Am Anfang war das Passwort falsch, dann habe ich mir ein neues Passwort zuschicken lassen und das Passwort kam nie an. Habe es ganz oft gemacht, habe gedacht, naja, vielleicht mal ein bisschen warten. Pustekuchen, kam kein Passwort. Dann hatte ich endlich ein persönliches Gespräch und habe gefragt, woran das liegt. Und dann hat die Mitarbeiterin festgestellt, dass ein Buchstabe gefehlt hat in der E-Mail-Adresse, die beim Jobcenter hinterlegt ist. Obwohl ich vorher monatelang über diese E-Mail meine ganzen Daten zu Ihnen geschickt habe. Das war schon mal kurios, aber jetzt wird es noch kurioser. Also habe ich mich vor kurzem hingesetzt, wollte mein ganzes Zettelzeug endlich nachreichen. Denn wenn man es nicht nachreicht, dann kann man durchaus schon mal so eine Rechnung hier aus Recklingshausen bekommen. Ich meine, das macht mir nicht ganz so viel aus. Ich habe diese Grundsatzurteile oder wie das heißt von 2011, 2012 mitbekommen, wo definiert wurde, was wirklich zurückgezahlt werden muss, wenn man kein Geld hat. Ich meine, wenn man Geld hat, sieht es wieder anders aus. Aber wenn man kein Geld hat, kann es den nackten Mann nicht in die Tasche greifen. Jedenfalls wollte ich mich neulich ganz gewissenhaft hinsetzen und das alles nachreichen. Aber dann war wieder mein Passwort falsch und ich habe wieder kein Passwort zugesandt bekommen. Und komischerweise musste ich dann genau an diese Szene denken. Und das ist jetzt meine Geheimwaffe. In Kombination mit dem Kollegen hier. Ja, ihr seht richtig. Mein neuer Bruder. Hier gibt es keinen Copyshop mehr in der Nähe. Ich kenne niemanden, der meine Sachen kopieren könnte. Per E-Mail kann ich es euch nicht schicken. Also blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als mir einen Nadeldrucker zuzulegen. Und der alte Windows 98 Rechner deshalb, weil ich einen LPTP-Port brauchte, dachte ich zumindest. Da wusste ich dann halt, dass es USB auf LPTP-Adapter gibt. Somit hat mich das Jobcenter auch in Sachen Computertechnik jetzt wieder etwas gelehrt. Egal, ich habe sowieso einen Haufen Windows 98 Spiele da, die ich schon immer mal wieder zocken wollte. Und diese Emulatoren für Windows 98 gehen mir noch nicht ausreichend genug gut. Und vor allen Dingen, wenn ich da mit einem Rechner reingehen muss, der eine 10-fache Rechenleistung von dem hier hat, um das Spiel halbwegs flüssig zu laufen, dann nehme ich lieber einen Originalrechner. Weil der Originalrechner, der zieht jetzt auch nur bei mir hier. Ihr seht es, ne? 15 Volt und knapp 1 Ampere zieht er, wenn ins Spiel läuft, so nochmal 500 Milliampere mehr dabei. Und da kommt ein aktueller PC nicht ran. Und einen Tintenstrahldrucker auch deswegen, weil da solche schönen Farbbänder eingebaut sind. Und so ein Farbband, das kann man ganz leicht refreshen. Da habt ihr dann meistens hier so ein Drehnups dran. Da könnt ihr das Farbband dann durchdrehen. Man kann dann an die Stelle hier, oder an eine ähnliche Stelle, ne? Die Farbbände, die sind alle ähnlich, einen Akkuschrauber ansetzen. Und dann holt man sich Stempelfarbe für Stempelkissen. Da gibt es welche mit Öl und welche ohne Öl. Ich habe jetzt welches ohne Öl. Das geht auch schon ganz gut. Damit drucke ich jetzt auch schon 3-4 Tage. Hervorragend. Noch besser wird es dann natürlich diese Stempelfarbe mit Öl, denke ich mal. Weil die dann nicht ganz so schnell verfliegt. Und dann wird das Farbband hier einfach immer durchgezogen. Und nach und nach kommt dann hier eure Farbe drauf. Und dann ist es wieder wie neu. Und ihr habt lediglich das Geld für die Tinte bezahlt. Was 5 oder 6 Euro sind. Somit kann man sich einen Haufen Kohle sparen. Vorher war es bei mir immer so gewesen mit dem Tintenstrahldrucker. Die Patronen kosten ein Schweinegeld. Das Selbstauffüllen ist eine übelste Matscherei. Und funktioniert dann auch nur in den seltensten Fällen richtig gut. Und nach einem halben Jahr, wenn der Drucker rumsteht. Wenn man den nur braucht, um für das Jobcenter was auszudrucken. Dann trocknet der ein. Und den Druckkopf kannst du wegschmeißen. Das heißt, den ganzen Drucker kannst du wegschmeißen. Und alle halbe Jahre einen neuer Drucker kaufen. Nee Leute. Auch wenn ihr da vielleicht mit der Druckerindustrie da irgendwelche Geschäfte am Laufen habt. Ich spiele da nicht mit. Gut. Zugegeben. Es ist ein ganz schönes Abenteuer. Hier im Blatt einzulegen. Scheint es jetzt funktioniert zu haben. Nee. Meistens muss ich dann nämlich noch den Deckel hier abmachen. Hüpp. Leute. Da brauche ich zwei Hände. Da muss ich mit dem einen hier drücken. Und mit dem anderen hier runter. Da kommt es. Dann muss ich das Ding vortun. Dann noch ein Stückchen. Ja, weil so sieht es gut aus. Dann muss ich mir noch ein bisschen dran ziehen, dass wir es gerade haben. Okay. So. Jetzt ist es einsatzbereit. Kleine Info noch. Wer so ein ähnliches Modell haben sollte. Also ein Prater M1509. Und der M1409. Die gehen mit dem IBM Pro Printer Treiber. Musste ich auch ziemlich lange suchen, Ehe ich das gefunden hatte. Okay. Und schon kann es losgehen. Und achtet mal drauf, Wie lange es dauert, Wenn ich hier Print drücke, Dass der Drucker was macht. Ach so, Dann muss ich auch hier falten. Okay. Und schon läuft er. Sodala. Also das ist der Mond höchstwahrscheinlich eine Entladung. Zwischen der Aegon und der Krypton Schicht ist, Die über uns ist. Und die Sonne womöglich. Die Entladung zwischen der Wasserstoff- und der Helium Schicht. Stellt sich jetzt mir noch die Frage, Dann ist ja hier dann Mars noch und Jupiter. Also es sind noch mehrere Schalen rundherum. Das mit der Matryrschka aus Russland, Da ist wohl mehr dahinter, als wir denken. Ja, ich meine, Wenn das jetzt schon so halbwegs klar ist, Hey, ich bin nicht durchgedreht. Und mit den Leuten, Die ich drüber geredet habe, Die sind auch nicht durchgedreht. Also nicht mehr als mit dem Kugelerde-Prinzip. Und Maggie aus dem Film, Die Simpsons, Hat uns ja gezeigt, Wie man hier rauskommt aus dem Ding. Also unten drunter durch. Da würde das dann auch wieder Sinn machen, Warum es die Kernkraftwerke gibt, Wenn die da U-Boot-Antriebe produzieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Will ich mal wissen, Welche Welten ihr mit euren U-Booten schon erkundet habt. Und dann die Astronauten so darzustellen, Dass sie wie in Taucheranzügen rumwuseln. Das ist ein cooler Gimmick, finde ich. Okay, so in dem Sinne, Jetzt kann es endlich mal losgehen. Bis später.